Elayse, was hast du mitbekommen? Du hast den Verdienstorten bekommen, in Gold. Und meine Gute, ich ernenne dich... Für das Attentat am Governor, das ist ja sehr interessant, solche Aussagen, Mr. von Hohenstein. Ich informiere sie übrigens damit, dass sie beide jetzt gleich nach Sissi Cup verbracht werden, für auf unbegrenzte Zeit, bis der Governor entscheidet, was mit ihnen geschieht. Sie werden angeklagt wegen Hochverrats, beide beide. Für ihren Angriff auf den Governor. Wenn das der Preis für die Freiheit der Bruder und der Gerechtigkeit ist. Dann noch sie und unsere Sporte, die ihr. Bedan und unsere Ferser. Komm und dann bien, unsere Sputamos. Allos, die uns offenden, und uns dechers, quere in der Attentation. Lieber uns zu trinken gegen die Schmerzen. Seid ihr es el reino, el poder. Iliagoria, por sempre, Señor. Amen. Da lässt es gebet. Es sollte zumindest erstmal reichen. Hohen Vogel.